so habe ich noch dran geschnitten als xxl folge ja das war gespannt was du wieder kriegst ja ich habe jetzt mal den ich habe den pionier als special t aber wenn sie ja auf jeden fall die gleiche stecke ja ja ich habe jetzt jetzt war der automatisch ausgewählt gehabt hoffentlich muss man gucken wie das sind sie jetzt funktioniert so er fängt mit dem ninja an ich fange jetzt mit dem mit den bummerangaffen an setzt doch dahin na setzt ihn doch dahin so gucken was er so anfängt da gut er kann natürlich die kaputt machen jetzt schick ich auch mal was hinterher und dann machen wir doch mal schön jetzt eben doch dahin jetzt wird es natürlich spannend ja ich habe jetzt auch mal sofort was gesetzt ja gucken ob es vier bummerang stärker sind oder eine kanone ich habe das dumpfe gefühl das ist jetzt gerade ein bisschen wieso du hast doch alles noch da im grunde im griff eigentlich noch geht es noch jeder jeder noch jeder alles hier ja da kommt schon wieder die ersten durch ja bei mir aber auch so kann ich denn unten nichts hinsetzen da kommt immer der ganze mülleimer ja bei mir auch du hast gerade auch ein paar mal schon aus versehen da reingeschoben 138 komischerweise gehen auch bei dir die ganzen welche durch und das wird gar nicht abgezogen oder drei aber schon noch 130 leben ja ja aber das sind die gerade auch die ganze wurden mir angezeigt da welche dass da welche durchgefloppt sind sind auch noch mehr durchgefloppt 116 hat er nur noch mal gucken wie ich das vorbereiten kann dass ich vorbereiten kann so copycat er schickt schwarz ich schicke schwarze hinterher gefolgt von ein paar anderen ja copycat läuft immer schön schicken 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 drauf 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 und leider noch hoch ist diesmal geht in die hose glaube ich diesmal könnte es knapp werden für mich ja aber ich verliere ja auch 69 113 wird spannend die spannung steigt ins unermessliche die leute schicke einfach jetzt immer weiter ich drücke ich lasse die ganze zeit drauf und schicke die ganze zeit hinterher so eine kanone noch 64 wird eng wird eng wird eng ja aber ich habe gerade auch noch was verloren wieder ja es wird aber zeit 45 noch geht es noch geht es ja ich habe auch ich verliere ja auch die ganze zeit lebende 102 zu 40 33 25 19 erwoll endlich jetzt ist er wieder glücklich gestimmt hat er doch noch einmal kann man noch eine machen also eine gibt es noch gut so einer war noch und diesmal strecke ja mit sowieso so im feld würde ich mal sagen und wir gucken jetzt einmal was wir machen ich habe noch nie mit der spike fabrik gewonnen deswegen werde ich diesmal nicht nutzen ok nehme wieder meine standard aufstellung aber ich habe keine energie für ein special tower das ist auch nicht schlecht tja dann würde ich sagen müsste ich ohne spielen ich bin ich ohne special tower was hat was dazu gehabt der zwischen dort ja den sauger ist aber gut ich nutze ihn dann auch nicht ich bin dann so wie wir haben es jetzt mal so gemacht ich nutze ihn dann auch nicht er kriegt auch wieder den sauber also sehr unglaublich es ist unglaublich dass er den sauber wieder kriegt als mittel dauer man muss ihn jetzt mal nicht benutzt dann bin ich genauso fair ja ok und dann nutze ich jetzt auch nicht kann kira jetzt mal dich haten und sagen du willst deine energie sparen müssen und dann kannst du ja ich musste dir eben nutzen um den gescheiten specialtower aus so was im letzten mal hinten nehmen für die spikes hat auch gesagt das zählt nicht aber ist dann halt nicht ändern ist dann so ja dann machen wir es auch mal so wie er schicken wir schon mal ein paar hinterher ich hoffe mal dass es funktioniert aber irgendwie kommt da auch gar nichts was ich dir gerade schicke ich habe dir was geschickt und es kommt überhaupt nichts durch na doch doch da jetzt müsste doch eigentlich war ja da kommen doch schon die ersten da kommen wir gehen doch schon die ersten in richtung wollen die ersten schon nach hause gehen hoffentlich krieg ich sie auch alle aufgefangen das ist nämlich auch so eine sache jetzt ja man muss halt irgendwie so eine ausgewogenheit finden zwischen ballons schicken die scheiß rakete schießt immer ins leben da ist die doof ja ein paar habe ich ja schon ja das problem ist aber jetzt hast du auch dich darauf eingestellt halbwegs ja ich habe muss jetzt natürlich ein bisschen kurz in die defensive gehen und ein bisschen verteidigung bauen statt neue zu schicken was natürlich dann dementsprechend jetzt hat er wieder sehe ich schon wieder die schwarzen von ihm gut so rote armee habe ich aber auch ein paar für dich noch die kannst du nicht alle auffangen kommen ja da kommen sie durch rakete in die scheiß rakete da kommen sie durch ja das war es diesmal her so langsam habe ich den dreh raus hier und langsam habe ich den dreh raus aber nur weil du kein special tor benutzen ja wohl es ist jetzt welcher tor gehabt jetzt funktioniert natürlich mit dem sauber vor allem auf jeden fall ja so ich würde sagen das reicht aber jetzt glaube ich sieben stück am 7 7 oder 8 folgen am stück aufgenommen und wobei es bock macht so dass wir suchen bis zum nächsten mal